Kapitel 18 von Das Gemeindekind von Marie, Freifrau von Ebner Eschenbach Diese Liebebox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Winter in diesem Jahr trat gleich am Anfang mit ungewöhnlicher Kälte und ungewöhnlicher Reinlichkeit auf. Der Schnee, der den ganzen Tag und eine ganze Nacht hindurch in kleinen, dichten Flocken aus massigen Wolken niedergewirbelt war, blieb silberweiß liegen. Auf den Fahrwegen bildeten sich glatte Schlittenbahnen und schmale Fußpforte liefen glitzernd von Haus zu Haus und am Rande der Felder hin. An der Hütte Pavels vorbei stängelte sich der meistbenützte von allen, der Pfad, den die Holzknechter auf ihren, jetzt regelmäßigen Gängen in den herrschaftlichen Wald ausgetreten hatten. Wenn sie am Morgen an die Arbeit gingen, braffen sie Pavel schon an der Seinen, und wenn sie gegen Abend aus der Arbeit kamen, schien der unermüdliche Bursche gerade auf dem Punkt angelangt, auf dem der Fleiß zum Hochgenuss wird, zur seligen Besessenheit. Sie blieben dann meistens vor seinem Gärtlein ein wenig stehen, sahen ihm zu und wechseln ein paar Worte mit ihm. Einmal tat Hanusch, der roheste unter den Rohn, als ob er nicht imstande wäre, zu erkennen, was für ein Ding das sei, mit dem Pavel sich plage. Ein Dachstuhl wird's, erklärte dieser. So? Baust noch ein Grubenhaus? Nein, kein Haus. Einen Stall beabsichtige er, im nächsten Frühjahr zu bauen. Und was wirst einstellen? Werdet schon sehen, lautete Parfels Antwort, und Hanusch sprach in ein Hohngelächter über seine Geheimnisturerei aus und rief, indem er den viereckigen Kopf zur Seite neigte und mit dem Pfeifenrohr nach den übrigen deutete, die werden sehen, ich weiß schon. Wetzt und ein Seidel, dass ich's weiß? Das Gekicher der anderen bewies, dass sie eingeweiht waren, in den versteckten Sinn der Behauptung ihres Gefährten. Parfla aber kümmerten diese elenden Neckereien wenig, und er sandte den Urhebern derselben, wenn sie sich endlich trollten, höchstens ein Gelassenes, hol euch der Teufel, nach. Der Holzknechte wegen wäre es ihm nicht eingefallen, den an seinem Wohnort vorbeiführenden Fußsteig zu verwünschen. Er verwünschte ihn aus einem viel triftigeren Grunde. Auf diesem Fußsteig kam jetzt ein, auch zweimal die Woche Megtleins Lava, dahergewandert, als Botin der Frau Baronin an den Oberförster. Der alte Herr war krank gewesen, erholte sich langsam, und zur Unterstützung der Fortschritte seiner Reconvaleszenz sandte ihm die gnädige Frau allerlei gute Sachen. Edlen Wein aus ihrem Keller, feine Rehrücken, kräftige Hammelkeulen, und meistens war Slava die Überbringerin dieser Leckerbissen. Pafel bemerkte mit Vertross, dass sie den Schritt verlangsamte, wenn sie in die Nähe seines Gärtleins kam und seine Ansiedlung neugierig betrachtete. Was hatte sie zu betrachten? Was hatte sie sich, um seine Ansiedlung zu kümmern? In guter Absicht geschah es gewiss nicht. Er gefiel sich darin, sein Vorurteil gegen sie zu nähern. Er überredete sich unter anderem, dass sie die Anführerin der Kinder gewesen, die ihm dereinst seine Ziegel zertreten hatten. Sie auf der Tat zu ertappen war ihm allerdings nicht gelungen. Aber das bewies keineswegs ihre Unschuld. Es zeigte nur, dass sie sich darauf verstanden, rechtzeitig die Flucht zu ergreifen, die von ihr verleiteten, ihm entscheidenden Augenblick treulos verlassend. Wie sie an ihren Spieß gesellen, hatten hundert und hundertmal die Genossen seiner Bubenstreiche an ihm gehandelt. Er wusste, wie es tat, in der Patsche stecken gelassen zu werden. Nachträglich noch hätte er für sein Leben gern den Verratenen eine Genugtum verschafft, sollte sie auch in nichts anderem bestehen, als in einem an die Verräterin gerichteten eindringlichen Vorwurf. Gewöhnlich verbiss sich Pavel, wenn das Lava von weitem erblickte, derart in seine Beschäftigung, dass es nichts zu geben schien, wichtig genug, ihn darin zu unterbrechen. Einmal machte er aber doch eine Ausnahme. Da kam sie daher, mit ihrem Henkelkorbe, leichten Ganges, vom Sonnenlicht umflossen, die Hexe, trug ein dunkles Wolltuch um das, von der Winterkälte rosig angehauchte Gesicht knüpft, eine gute, gefütterte und doch ungemein zierliche Jacke, ein faltenreiches Röcklein, das bis zu den Knöcheln reichte, blau mit weißen Sternchen besät und hohe Stiefel an den schlanken Füßen, unter denen der Schnee knisterte. Und munter und frisch war sie, dass es ein Vergnügen hätte sein müssen, sie anzusehen, weil einem das Herz nicht voll des Gräuels gegen sie gewesen wäre. Bei der Umzäunung der Grubenhütte angelangt, hemmte sie, wie sie pflegte, einen Schritt und musterte das Häuschen von Grunde bis zum Fürste. Plötzlich richtete Pafel sich von seiner Arbeit auf, warf die Hacke hin und auf das Mäglein zuschreitend sprach er, was schaust? Und sie, überrascht, aber nicht im Mindesten erschrocken, wurde sehr rot und erwiderte, was soll ich schauen? Nichts, versetzte Pafel unwirsch, gar nicht schauen sollst, weitergehen sollst. Das schien jedoch keineswegs ihre Absicht, vielmehr hatte sie sich dem Zaun genähert und der Pafel dies seinerseits auch getan, standen sie ziemlich nahe aneinander. Sie, in der ganzen Zuversicht ihrer Schönheit, ihrer Jugend, ihres Frohsinns, er in seiner befangenmachenden Erbitterung gegen sie, gegen ihre lügenhafte Anmut und Holzseligkeit. Slava hatte ihren Korb neben sich auf den Boden gesetzt und bewachte ihn fortwährend mit ihren Blicken, als ob sie fürchte, dass er davonlaufen werde, sobald sie ihn aus den Augen ließe. Und so, mit gesenkten Liden und leise bebenden Lippen, sagte sie, ich schaue das Haus an, weil ich mich nicht getraue, dich anzuschauen. Pafel zog die braunen Finster zusammen und murmelte etwas von einem bösen Gewissen. Da wurde es wieder rot. Wer hat ein böses Gewissen? Der fragt. Ich? Warum hätte denn ich ein böses Gewissen? Die gehorchelte Treuherzigkeit, mit welcher diese Frage gestellt war, erweckte Pafels Zorn und während tausend brennende Ausdrücke für denselben sich ihm auf die Lippen drängten, plumpste er heraus mit dem Schwächsten, dem Kindlichsten. Hast du mir nicht, meine Ziegel zu treten? Das Mädchen erhob die Augen, ihr Blick ruhte voll und hell auf ihm. Wann soll ich das getan haben? Das habe ich nie getan. Lüg nicht, herrschte er sie an. Ich lüge nicht, erwiderte sie. Warum sollte ich lügen? Ich habe es nicht getan und damit gut. Er glaubte ihr. Er konnte nicht anders als ihr glauben. Und schon etwas besänftigt fuhr er fort. Bist du mir nicht nachgelaufen, mit einem Stein in der Hand? Aber Pafel, wer wird sich denn so was merken, was ein dummes Kind getan hat? Was hast du nicht alles getan? Sie schlug leicht und zierlich mit der Hand in die Luft. So was vergisst man. Ich bitte dich, Pavel, vergiss das. Er schwieg. Sie bekam ihn wie Scham über sein allzu treues Gedächtnis. Hatte sie nicht recht? So was vergisst man. Von Verzeihen, ja von Dankbarkeit gegen die Urheber unserer Prüfungen, hatte Milada gesprochen. Von Vergessen der Beleidigung, nicht. Um ihm davon zu sprechen, von diesem gründlichen Heilmittel, hatte die kleine nichtsnutzige Feinde entkommen müssen. Sie sagte noch ein paar freundliche Worte, beugte sich, hob ihren Korb auf und setzte ihre Wanderung fort. Pavel blieb allein mit L'Amour, mit seiner Arbeit und mit seinen Gedanken. Vergiss, dann brauchst du nicht zu verzeihen. Vergiss, dann hast du auch keinen Grund, dir etwas darauf einzubilden, das du verziehen hast. Wenn man's nur trefe. Er besann sich, dass er es einmal getroffen hatte, der hübschen Widersacherin gegenüber, damals, als er aus dem Schloss gestürzt kam, voll des Glücks über das große Geschenk der Frau Baronin. Und was einmal zufällig und unwillkürlich gelang, sollte es nicht wieder gelingen können, freiwillig und mit gutem Bedacht. Bei ihrem nächsten Gange zum Forsthause hielt Slava abermals ein Ständchen mit Pavel. Und seine erste Frage an sie war, Wenn du kein schlechtes Gewissen gegen mich gehabt hast, warum hast du dich gefürchtet, mich anzuschauen? Weil du immer so verdrießig gewesen bist und schreckliche Augen auf mich gemacht hast. Das mag ich nicht. Ich hab's gern, dass man fröhlich ist und mich freundlich ansieht. Mit diesem Mann meinte sie nicht etwa ihn allein. Sie meinte jeden. Pavel täuschte sich nicht lange darüber. Es war ein Teufelchen der Lustigkeit in ihr, das sie antrieb, den Ernst zu bekämpfen, wo immer sie ihm begegnete. Und diese Lustigkeit, die fast bis an die Grenze der Ausgelassenheit gehen konnte, verbunden mit den hohen Ehren, in welchen sie ihr nettes Persönchen hielt, und ihrem jungfräulich süchtigen Wesen, machte ihren von jung und alt empfundenen Zauber aus. Auf niemanden jedoch wirkte er unwiderstehlicher als auf Arnust. Den hatte sie völlig umstrickt, und er machte Pavel gegenüber weder einen Hehl aus seinen Liebesschmerzen noch aus seiner Eifersucht auf ihn. Als ein Verständiger, mit praktischem Sinn ausgerüsteter Bursche, fand er nichts erklärlicher, als er Slava den Inhaber eines Hauses und eines Feldes ihm, der nur ein Haus und den dazugehörigen kleinen Gemeindeanteil besaß, vorziehen müsse. Dass Pavel in die Reihen der Bewerber um die Gunst oder die Hand des hübschen Mädchens zu treten beabsichtige, schien ihm so ausgemacht, dass er nicht einmal danach fragte, und sein Freund, der mir das zu verstehen gab, und der schon hat sagen wollen, bist du ein Narr? Ich denke nicht an sie. Sie ist mir gleich wie was, verschluckte diese Antwort, denn er wollte nicht lügen. Gleichgültig war sie ihm nicht. Sie hatte es doch auch ihm angetan. Nicht wie dem Arnust. Von einem Blinden verliebt sein, war bei ihm keine Rede. Aber warm machte ihm ihre Nähe. Und überaus gut gefiel sie ihm. Und überaus lieb wäre es ihm gewesen, wenn er den Zweifel hätte loswerden können, dass ich in ihrer Gegenwart immer wieder meldete und eine gewisse Bange und bestimmte Erwartung. Jetzt, denn jetzt wird sie etwas tun, das mir ans Herz greifen und mir die Freude an ihr verderben wird. Ein anderes Bedenken, das ihn früher schwer gepeinigt hatte, war ja ganz losgeworden. Das wird mich denn eine ordentliche nehmen? Wird eine ordentliche unter einem Dach mit meiner Mutter leben wollen? Nun, die Slava war eine ordentliche und ließ ihn merken, dass sie nehmen würde, obwohl sie recht gut wusste, dass die Mutter heute oder morgen heimkehren und Aufnahme finden werde bei ihrem Sohn. Sie fragte ab und zu nach ihr und sprach einmal, eine Mutter bleibt halt doch immer eine Mutter. Sie soll sein, wie sie will, wenn man nur eine hat. Ich habe keine. Pafel begrüßte sie nun stets sehr artig, machte nie mehr schreckliche Augen auf sie, verhielt sich aber, was auch in seinem Innen drängte und gärte, äußerst zurückhaltend gegen die Kleine, während Arnust vor ihr in Weiche zerschmolz oder in Flammen auflodete. Der verliebte Bursche war immer genau unterrichtet von jedem ihrer Schritte und immer traf sich's, dass er an den Tagen, an denen sie einen Botengang ins Forsthaus unternahm, zufällig just nichts zu tun hatte und sich Pafel zur Verfügung stellen konnte, um ihm bei seiner Arbeit behilflich zu sein. Kam die erwartete dann, so fand sie die Zwei an den Zaun gelehnt und ihrer harrend. Wer sie in größerer Sehnsucht tat, ob der Ernste, Verschlossene, ob der andere, sie selbst wusste es nicht. Sie benahm sich mit beiden gleich herzlich, gleich kameradschaftlich, sprach aber mehr mit Arnust, weil sich der viel besser aufs Scherzen und Spaßen verstand. Nach Weihnachten brachte Slava einmal eine Kunde aus dem Schlosser, durch welche alle eingeschlummerten Sorgen Pafels über seine Schwester wieder wachgerüttelt wurden. Milada war krank gewesen, die Frau Baronin hatte neuerdings einen Besuch im Kloster gemacht und war von neuem getröstet heimgekehrt. Es ging besser, versicherte sie, es ging gut. Dennoch hatte sie sich von ihrem Kinder nicht leicht getrennt, gedachte bald zu ihm zurückzukehren und dann mehrere Wochen als Gast der Frau Oberin im Kloster zu verweilen. Vorher aber, ließ sie Pafels sagen, wolle sie ihn noch sprechen. Er beeilte sich von der Erlaubnis, Gebrauch zu machen, fand die alte Dame gebeugt und unruhig und, je mehr sie das war, desto bemüht er, sich selbst Frieden zu erringen und den der anderen nicht zu stören. Die Frau Baronin gab Havel das Versprechen, ihm unmittelbar nach ihrem Eintreffen in der Stadt eine Zusammenkunft mit Milada zu erwirken und nahm dafür sein Wort in Empfang, dass er sich um eine solche nicht auf eigene Hand bemühen werde. Er schrieb an Milada, er hielt einige schöne, tröstliche Zeilen, wartete auf die Abreise der Frau Baronin und als sie sie erfolgte, auf die Berufung zu seiner Schwester. Sein Herz war schwer und wurde etwas leichter, wenn es Pavel gegönnt war, sich an dem Anblick des holden Mädchens zu laben, das Arnus und er nicht mehr anders als die Goldamsel nannten. Die Zeit kam, in welcher es törig zu finden begann, sich länger gegen die in ihm aufkeimende Neigung zur Wehr zu setzen. Dass Lava eine besondere Liebe für ihn hege, bildete sich nicht ein, aber er zweifelte auch nicht, dass sie, wenn Arnus und er um sie freiten, ihm den vorzugeben und, einmal verheiratet, ein braves Weib sein werde, wie sie ein braves Mädchen gewesen war. Aus Rücksicht für den Freund, auf sie zu verzichten, der Gedanke war ihm im Anfang allerdings manchmal durch den Sinn geflogen. Aber diese Regungen der Großmut hatten sich in dem Maße vermindert, als ein Wohlgefallen an dem munteren Ding wuchs und wuchs. Gegen Arnus war er so aufrichtig, wie dieser gegen ihn. Wie lieb du sie hast, ich hab sie lieber, sagte Arnus. Was nützt das, wenn sie mich nimmt, sagte Pavel. Und ich werd sie nächstens fragen. Ich will auch einmal glücklich sein. Arnus erwiderte, frag sie. Sein Entschluss war gefasst. Am Tage, an dem Pavel das Jahr Arvatslavas erhielt, wollte er die Hütte, in welche er seit dem Tode seiner Mutter allein hauste, verkaufen und Soldat werden. Es ist kein schlechtes Leben beim Militär, besonders für einen, der es wie Arnus schon nach zweimonatlicher Dienstzeit zu einer Charge gebracht hatte. Eines nebligen Januar-Vormittags kam ein höchster Aufregung zu Pavel und teilte ihm mit, heute mache die Kleine ihren letzten Besuch beim Oberförster. Er sei gesund, die Sendungen aus dem Schloss erhörten auf. Arnus stand der Angstschweiß auf der Stirn, in seiner Brust ging es zu, wie in einem Pochwerk. Ich halte es nicht mehr aus, sagte er. Heute musst du reden, oder ich rede. So red, sagte Pavel. Ich werde aber auch reden. Sie sahen einander mit Augen an, aus denen der Hass funkelte und gingen hinter dem Zaun hin und her wie zwei Löwen im Käfig. Lamur saß auf der Schwelle, schwarz und hässlich, und beobachtete in stiller Verachtung die beiden von der Leidenschaft gequälten Menschenkinder. Nun brach ein breiter Sonnenstrahl durch den weißen Dunst, der ringsum auf den Feldern und Wegen lagerte, und verwandelte ihn in Licht und farbig glitzernden Duft, von dessen durchsichtigen Schleiern umwoben die kleine Slava herannahte, an diesem Tage, gerade an diesen, an dem die feindlichen Freunde ein Wort im Vertrauen an sie zu richten gedachten. Nicht allein. Sie hatte eine Begleiterin mitgenommen, die Winska. Arnos und Pavel entdeckten es zugleich, und der erste rief, und der zweite murmelte. Verwünscht! Ein kleines Stück Weges, hinter dem jungen Weibe und dem jungen Mädchen kam die Schar der Holzknechte. Sie gingen heute so ungewöhnlich spät in den Wald, weil gestern Sonntag gewesen war, und weil ein Holzknecht, der sich achtet, am Montagfrüh immer Feierabend macht, wie Hanus zu sagen pflegte. Winska schien es für nötig zu halten, ihr Kommen dadurch zu erklären, dass sie mit dem Herrn Oberförster wegen des Ankaufs von Bauholz sprechen müsse, und sich Slava angeschlossen habe, weil sie es zu zweien doch immer besser gehe. Anust fing das Wort zugleich auf, gab ihr Recht, und ihre Gefährtin anstarrend, stammelte etwas Verworrenes von der Torheit, das nicht einzusehen und lieber Laien dahin zu trotteln durchs Leben, statt mit einem, der einen übermenschlich gern hat. Pavel flüsterte ihm ein zorniges Rittonor zu, und nachdem sein erster Verdruss über Winskas Anwesenheit verraucht war, forderte er sie und Slava auf, bei ihm einzutreten und ein wenig zu rasten. Damit öffnete er das Gitterpferdchen und hieß sie, nachdem sie seiner Einladung Folge geleistet hatten, nicht ohne hausherrliche Würde, auf eigenem Grund und Boden willkommen. Diese Höflichkeit vollzog sich vor den Augen der heranrückenden Holzknechte und gab den Wüstengesellen Anlass zu Glossen der empörendsten Art. Pavel wusste keine Antwort darauf, und von seinem Platze aus rief er mit unterdrückter Wut den Holzknechten zu, Packt euch! Sie erwiderten mit Rohheiten, schlimmer als alle vorhergehenden, und Hanusch, bequem an den Zaun gelehnt, die Pfeife zwischen den Zähnen, tat, als ob er den im Gärtlein liegenden Dachstuhl aufmerksam betrachtete und sprach. Der ist ja fertig, jetzt kannst du anfangen, einen Stall zu bauen. Bau ihn, bau ihn, dummel dich. Die du einstellen willst, ist schon auf dem Weg. Die aus dem Zuchthaus. Die, ja, die, scholl es im Chor, und Hanusch schrie, dass die anderen in seinem Hals schwollen. Nehmt ihn, Weiblein, vor der Schwiegermutter aus dem Zuchthaus braucht ihr euch nicht zu fürchten. Die kommt in den Stall, die Mutter. Die Worte reuten ihn. Pafel hatte sich aufgebäumt, aus seiner Brust drang ein grässliches Stöhnen, über die Zähne floss das Blut der zerbissenen Lippe. Einen Augenblick schaute er. Da stand die Frau, die er geliebt hatte. Da stand das Mädchen, das er liebte. Da der ehrliche Bursche, die mir als streitig machen wollte, und dort am Zaun der Schurke, der ihn in ihrer Gegenwart unauslöschlich beschimpfte. Auf dem Boden aber, zu seinen Füßen, lag sein gutes Zimmermannsbeil. Die Dauer eines Blitzes und er hatte es ergriffen und geschleudert. Hanusch kreischte und bog aus. Das nach seinem Kopf gezielte Beil flog haarscharf an seinem Ohr vorbei. Alle schrien. Pavel stieß Winsker weg, die ihm den Weg vertreten wollte, schwang sich über den Zaun und sprang mitten unter die Holzknechte hinein. So furchtbar war er anzusehen, ein so maßloser Zorn sprühte aus seinen Augen, dass der ganze Trupp vor ihm zurückwich, am weitesten Hanusch, die Hand am Ohr. Aber schon war er ereilt und gestellt von einem, der noch rascher gewesen als Pavel. Lamour hatte ein unheilverkündetes Knurren ausgestoßen, sich seinem Herrn vorangeworfen und Hanusch an der Gurgel gepackt. Der glitt aus, wankte und stürzte dicht vor Pavel nieder, die vorgequollenen Augen in verzweiflungsvoller Angst auf ihn gerichtet, der schon seinen Fuß erhob, um den Mund zu zermalmen, der ihm solche Schmach angetan. Plötzlich jedoch, wie von Abscheu und entsetzten ergriffen, totenbleich geworden, stampfte er den Boden und rief, Zurück, Lamour! Ungern ließ der Hund ab von seiner Beute. Hanusch erhob sich mühsam, seine Genossen machten Miene, alle zusammen auf Pavel loszugehen, besannen sich aber eines anderen. Sie parlamentierten noch eine Weile mit Anust, wenn Pavel dumpf vor sich hin brütend dastand und zogen endlich, kleinlaut geworden, weiter. Erst in einiger Entfernung vom Grubenhaus fassten sie den Mut, sich zurückzuwenden und den Drohungen zu ergehen, auf welche niemand hörte und die auch nicht erfüllt wurden. Die zurückgebliebenen bildeten eine kleine, stumme Gruppe. Pavel schien der Letzte sein zu wollen, das Schweigen zu brechen. Er war an die Tür der Hütte getreten und sah zu seinem Hunde nieder, der seinen Blick ernst und verständnisvoll erwiderte. Eine Weile verging, bevor sich Slava so weit ermunterte, dass sie Pavel an seine vorhin gemachte Einladung erinnern konnte. Halblaut erneuerte er dieselbe und lächelte das Mäglein, auf dessen Gesicht sich die Spuren des überstandenen Schreckens malten, fremd und traurig an. Man trat ins Haus, in die durch Habrechts Großmut eingerichtete Stube mit der niederen Decke, mit den kleinen Fenstern und dem Fußboden aus gestampftem Lehm. Der Tisch stand in der Mitte der Stube, wie er in der Mitte des Lehrerzimmers gestanden hatte, der alte Lehnstuhl und drei Sessel um ihn herum. In der Ecke der Herdnische gegenüber, der schmale Schrank, der das Heiligtum des Hauses trug, das Freundes kostbares Vermächtnis, die Bücher, in denen immer zu lesen er Pavel empfohlen hatte. Nicht umsonst, man sah es in schlichten Bänden an, dass sie oft, wenn auch in schonender Ehrfurcht, zur Hand genommen wurden. Winska nahm Platz im Lehnstuhl, Slava auf einem Sessel neben ihr. Die erste schwieg, die zweite äußerte sich verbindlich über die Reinlichkeit, die im Hause herrschte, brach aber ab, verwirrt durch die strengen Minen der drei anderen. Arnust war zu Pavel getreten und hatte ihm ein paar Worte zugeraunt. Pavel hatte den Kopf geschüttelt, sich, nicht mehr geregt und stand, wie auf dem Fleck angewurzelt, in finstere Gedanken versunken. Lange bezwang sich Arnust, zuletzt aber siegte seine Ungeduld. Er fasste Pavel bei der Schulter und sprach, was simulierst, Hör auf, was liegt dir dran, was ein paar Betrunkene reden? Ja, fiel die Kleine mit ihrer glockenhellen Stimme ein. Was liegt dir dran? Lass die Leute reden und spreche mir lieber von was Lustigem. Pavel horchte auf, eine so liebe Stimme und konnte doch einen Missklang erwecken. von was Lustigem? Gut, ich hab's nicht anders im Sinn. Er lachte herb und trocken, kam auf den Tisch zu und wandte sich an die Kleine. Ich bin ein Freiwerber, sprach er. Für den da, für den Arnust. Wir haben es schon lang zusammen ausgemacht, dass ich dich fragen soll, ob du ihn nimmst. Mach keinen schlechten Spaß, fuhr ihn Arnust derbern. Was soll denn das heißen? Und noch derber gab Havel zurück. Willst du vielleicht nicht mehr werben? Ist Lieb schon verraucht? Oh, was Lieb betrifft, der Ausdruck, mit dem diese Worte gesprochen wurden, erledigte die Frage übergenügend. Eine Viertelstunde später fiel es im Brautpaar die Hütte Pavels. Der Bräutigam glückselig, die Braut still zufrieden. Arnust war ihr lieber als Pavel. Noch lieber jedoch wäre er Arnust mit dem Fell der Pavels gewesen. Minsk empfahl sich zugleich mit den Verlobten, die sie ins Forsthaus begleiten wollte. Am Ausgang des Gärtchens jedoch hieß sie die jungen Leute vorangehen, blieb stehen und sprach zu Pavel. Was war das jetzt? Es hat geheißen, du hast die Slava gern. Ich hab sie auch gern, rief er. Und mit seiner Selbstbeherrschung war es zu Ende. Aber wie soll denn ich heiraten? Wie soll denn ich ein Weib nehmen? Ich, dem es alle Tag geschehen kann, er weiß nicht wie, dass er einen erschlagen muss, weil er sich nicht anders helfen kann? Ich hab Schand fressen sollen. Dazu hat die Mutter mich geboren. Jetzt haben sie was Besseres aus mir machen wollen, der Herr Lehrer und meine Schwester Milada. Und jetzt schmeckt mir die Schand nicht mehr. Und jetzt bringe ich sie nicht mehr hinunter, das ist mein Unglück. Nach einer Pause, in welcher Winsker die Augen fest auf den Boden gerichtet hielt, sagte sie, du bist mitgegangen beim Begräbnis von meinem armen Peter. Ich hab dir noch nicht danken können, weil du mir immer ausweichst. Er zuckte die Achsel und erwiderte, ich werde dir nicht mehr ausweichen. Lieb wohl. Lieber Pavel, nahm sie nach abermaliger Pause wieder das Wort. Ehe ich gehe, musst du noch was anhören. Ich hab keine Ruhe, die Leute lassen mir keine Ruhe. Mein armer Peter ist erst drei Monate tot und schon haben sich zwei Freier bei mir gemeldet. So sucht ihr einen aus? Ich glaube, sagte Winsker, nachdem sie eine Weile in den Schnee geblickt, dass ich eine Wittfrau bleiben werde. So bleibe eine Wittfrau. Lieb wohl. Schon in Begriffe zu gehen, wandte sie sich noch einmal zu ihm und begann von neuem mit beklommener Stimme. Du hast gut zu sagen, lebe wohl. Wenn man gegen jemanden so schlecht gewesen ist, wie ich gegen dich, lebt sie es nicht wohl. Deswegen brauchst du keine grauen Haare wachsen zu lassen, sprach er ruhig. Das habe ich alles vergessen. Sie senkte den Kopf auf die Brust und Schmerzenszug umspielt ihren Mund. Und du? fragte sie. Wirst du wirklich immer ein Junggesell bleiben? Ja, entgegnete er. Ich bleibe der einsame Mensch, zu dem ihr mich gemacht habt. Ende von Kapitel 18 Gelesen von Julien Niedermeier Gelesen von Julien Niedermeier Gelesen von Julien Niedermeier Jelich Niedere